Halt! Stopp! Stopp! Was macht denn die 0-1 wieder hier in diesem Film? Ach ja, ich hatte ja einen Fehler begangen im letzten Film über die 0-1. Es handelt sich natürlich nicht um einen T30, sondern um einen T34-Tender und die Roco hat einen T38-Tender. Das wollte ich nur richtigstellen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Film. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.